Dämonisches Zern Guck mal vor So viel Blut Ist das so geil, dass ich jetzt selber reichen kann? Seht ihr diesen Blick? Kennt ihr das Böse darin? Hörte Tussi Ja, haben wir das jetzt Ja, das kriegst du natürlich Kugel und Kette ab Wenn sie da steht So ungesittet Du heißt ja wieder selber So, jetzt versuchen wir nochmal Sie von ihrem Stress zu halten Das liegt jetzt besser Nur 21 Toll gut Als ob sie alle uns schon voraussagen Tofu ist gar nicht so schlecht Er macht ja mehr Schaden Er trifft bloß schlechter Bin ich mir nicht irre Genau, Minus Prezi plus Schaden Das ist gar nicht so kacke Das ist gar nicht so kacke Ja, wieder krit Achso, wir haben das getroffen 80 Hä, widersetzen doch nicht Achso, das war es von vorher noch Das kann nicht mit Blut mehr sitzen Hatte nicht von mir Blutung ja hier hat es noch 15 ich glaube ich soll es mal beenden weil ich habe gehört es gibt eine mechanik die schwarze solch ist nicht so geil die muss ich jeden fall heilen danach das ist ja bitter gut gemacht noch mal hat er sich beschworen somit bitte für dich selbst ja gut, dann machen wir's halt kaputt jetzt, ne? das schaden der menschen ich will das Ding mitnehmen ich hätte nur noch 15 das ist schon krass bringt das menschen schlechter ich weiß ja nicht, ob das so viel bringt kann ich dir nicht direkt jemanden geben? ja, dir zum Beispiel sehr gut kann ich's mitnehmen so, Truhe mit Erbstöcken zack, Schlüssel benutzen nehmen ich kann keine Wappen mehr mitnehmen Wappen vs. Gegengift ja, erstmal bisschen los jetzt kann ich die Wappen mitnehmen ach, alles muss geöffnet werden ja ach, alles muss geöffnet werden ja, wenigstens Beute drin die ich nehmen kann für mich 75 ist schon ein ganz guter Lichtwert find ich auch zum erkunden ok, das ist schon wirklich ein Kampf da ist noch ein Raumkampf wahrscheinlich der letzte ja, ist der letzte ok, musst du sowieso hin los geht's ja, lasst du es hin, dass wir töten können hier, du hast, da nimm oh, ein crit oh, ein crit, das ist schlecht nicht aber sie sind doch eins ah, fuck it und noch ein crit alter und erst ins ah ah sind es dann todes, todes, ich will leben handelt ja nicht viel 19 was geht der die 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 machen erstmal die waffen hier, dass sie bisschen weniger schaden machen meine fresse was geht der ist auch fast auf 100 und fuck ich muss das Ding beenden hier durchwurf zack aber den müssen wir durchheilen erstmal rüsten rüsten die einfach zweimal meinen Heiler weg stress reduzieren hier bei der trussisch muss ich mit dem eher stress reduzieren das ist das Problem an dem Punkt sind wir schon mit beobachtet mich okay und sie schickte mir mal eine Leiche alle klar alle klar alle stirbt am dämonischen Samen okay alles nehmen sehr gut nein nicht 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 lesen ich hab noch nie was gutes gefunden ja das ist okay das ist okay da ist nochmal gute Sachen drin hier mitnehmen danke so letzter Raumkampf ähm die haben Gift Schaden ausgewiesen sehr gut das ist schon mal der erste Trommelangriff natürlich eine öffnen dämonisches zern aber klar das ist ganz okay die kenne Gift und ist der ist total behindert so er sollte jetzt sterben ich werde sie stresse entwicklen ein fauler trägt ich kann das nicht ja ne durchwurf da ich hab schon ein bisschen besser getroffen müssen dieses hauen leidt ist die verknüpfen sehr gut wie die wo er ist wieder heilig und blut drei und blut auch beides verfehlt das war sie wenn du gar nicht aufgefangen hast du blut ist durchruf flitzen und durch sind beide perfekt nehm mal kurz gucken da ist nämlich noch was ist okay nämlich so jetzt kann ich raus das lief gut das hat spaß gemacht bis auf diese eine mal wo ich plötzlich 80 stress bekommen habe das lief nicht so geil ja das ist ganz okay das sind fast 10.000 gold das ich gekriegt habe das ist nice nehm ich verspring das mal gottesfürchtig wir haben doofener beten fuck unheiligen hasse gegen unheilig minus stress schaden gegen unheilig scheuser ist schlechter gegen scheuser plus krit gegen scheuser muss nur noch ein paar krankheiten heilen lass mich mit dir die schrecklichen wundern die ich gekommen zu wissen kronen des lichts verloren ja was sowas aber ist nicht mehr unvernünftig dafür 69 verringert kein Problem beim syphilis entfernte kleptomane nice so 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 und jetzt haben wir mal stress sortieren so toll die kann ich dir lassen auch wenn du generell nicht so viel Prezi hast aber du musst auf jeden fall stress reduzieren du musst eigentlich zwei krankheiten behandeln ja geil piep man schwindel gegen bewegen das ist viel schlimmer schatze soll ich auf jeden fall behandelt werden tollwut tollwut was hast du noch langeweiler polimisch heilfähigkeit im lager polimisch heilfähigkeit im lager es wird eine heilfähigkeit im lager ja die die Mutti hat nicht unbedingt benutzen ne ach doji ist immer noch paranoid obwohl sie super wenig stress ist also eine dumme idee die stress zu reduzieren aaaah Sie hat auch noch ein bisschen Stress, Scheiße, Deutscher, geh mal eintrinken. Die Runde geht auf mich! So. Na, ich bin für so Team. So, konnte Knüffel eigentlich auch Dritte angreifen, ja, das konnte er auch. Das ist ja hilfreich. Mit Flacker, Knüffel und Guppel habe ich ja die Hälfte schon von meiner Truppe. Pistollenschuss habe ich schon auf dem Max. Gibt's hier einen Fischhaus. Ja, den Bushafte schnippt nutze ich eh selten. Oh. Ja, gut, wie, dann spendiere ich mal neue Klamotten, ne? Lacker, ja, genau so. Knüffel, du hast schon. Und die Schmiede kann ich nicht, ich kann nur den Kosten verringern, was ich vorher machen soll. Und du hast auch schon. So, das hier ist hochgedreht. Ich habe einen Präzisionsgrundwert. Einen zurückschlagen. Plus Auswirkung, plus Geschick. Kostet nur 200. Das benutze ich auch regelmäßig. Placke hat nur die Heilung auf Maximum. Das höre ich auch mal noch. Ah, die kann ich jetzt nicht nehmen, aber die Inaktivität ist. Wenn ich Guppi, Flacke und Knüffi nehmen will, könnte ich theoretisch auch das Gortstuhl noch mitnehmen. In der Theorie. Was habe ich denn jetzt hier zur Verfügung? In Lang, zweimal lagern. Alle Raumkämpfe. Belicht nur 26. Plus Stressschaden. Mondumhang. Plus Präzision Fernkampffähigkeiten. Ring des Bogenschützen. Oder ich könnte in die Ruin gehen. Aus langer Weile sozusagen. Allerdings, Ding. Wo habe ich den denn jetzt? Bin ich doof? Da, oh, rot wieder muss ich auf jeden Fall. Aber habe ich eine bestrezte Notierung nicht gehabt. Ich muss auf jeden Fall. Nee, weil du gläubig bist. Ach, du wirst nur noch beten, ne? Okay, wenigstens beten gerade frei. Ja, bete. Ähm, ja.